Woher weiß ich, dass Allah mir vergeben hat? Ich sage dir, es gibt ein Zeichen. Die Frage, ich habe eine Sünde begangen. Ich habe eine Sünde begangen. Und dann habe ich Allah um Verzeihung, Vergebung gebeten. Wie soll ich wissen, dass Allah mir verzeiht oder vergibt? Wie soll ich das wissen? Keiner kann dir das sagen, weil wir keine Verbindung zu Allah haben, dass er weiß. Aber Allah hat im Koran gesagt, dass er alles verzeiht. Aber es gibt ein Zeichen, ein Zeichen, dass Allah dir verzeiht hat. Und zwar, wenn du eine Sünde begangen hast und danach hast du Allah um Verzeihung, Vergebung gebeten. Und nach dieser Verzeihung, Vergebung machst du gute Taten, wirst du besser in der Praktizierung, besserer Mensch, ehrlicher, dein Benehmen ist besser, dann könnte das ein Zeichen, dass Allah von dir deine Reue angenommen hat und dass Allah dir verzeihung hat. Wenn du danach schlimmer wirst, dann könnte das ein Zeichen sein, dass Allah von dir nicht angenommen hat. Dann machst du nochmal, bittest du Allah um Verzeihung, Vergebung. Das ist ein Zeichen und das ist kein Beweis. Das ist ein Zeichen.